hallo ich bin marcus neimann und der moderator beim barcamp dieses jahr findet alles digital statt auch das barcamp und darum dachte ich ich spreche zu ihnen schon mal vorab auch auf digitale art und weise mit diesem video ich befinde mich gerade auf dem drachenberg hinter uns sehen wir die skyline von berlin leider können wir uns nicht in berlin treffen aber es wird auch trotzdem ein tolles barcamp da bin ich mir sicher und da möchte ich ihnen schon mal eine kleine anführung geben was es mit dem barcamp überhaupt auf sich hat was ist das denn der erste punkt den ich machen möchte ist die ansprache wir siezen uns nicht beim barcamp sondern wir duzen uns also hallo ihr da draußen in den weiten des internets schön dass ihr dieses video schaut der zweite punkt ist wir sprechen nicht von teilnehmer oder teilnehmerinnen sondern von teilgeber und teilgeberinnen weil jeder jeder hat was beizutragen für ein barcamp wie das passiert ist in form von sogenannten sessions das ist ein offenes format in der form von 45 minuten da können ideen eingebracht werden die man dann diskutiert irgendwas vorstellt irgendwas demonstriert was auch immer das obliegt alles den teilgeberinnen und teilgebern sie können oh entschuldigung ihr wir wollten uns ja duzen ihr könnt jetzt schon vorab vorschläge einreichen für das barcamp über die webseite über e mail da findet ihr alle informationen also fleißig schon mal sessions einreichen die wir dann beim barcamp besprechen können damit auch alle einen einblick haben was in den anderen sessions passiert weil man kann ihnen immer nur bei einer session sein auch digital bieten wir eine dokumentation ab bzw die teilgeber und teilgeberinnen dokumentieren gemeinsam die session und hinterlassen einige kommentare so dass am schluss alle einen kleinen einblick bekommen haben was da in den sessions passiert ist ich freue mich schon jetzt schon sehr auf das barcamp digital wir sehen uns